Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall, die Verlorene Expedition. In der letzten Folge haben wir ja hier sehr viel zur Geschichte rausgefunden und wozu diese Medaillons gut sind, die wir in den ganzen Tiertempeln gefunden haben. Und um an das letzte ranzukommen, müssen wir uns hier erstmal von St. Clair gefangen nehmen, beziehungsweise von seinen Schergen. Und dazu müssen wir erstmal hier zu St. Clairs Ausgrabungslager, was aber irgendwie ein bisschen verschüttet ist. Guck mal, da liegt sogar einer drunter. Der ist gar nicht so platt dafür, dass er gerade eben noch von sehr vielen Steinen begraben war. Vielleicht war es auch ein Hügelgrab aus Steinen. Ich glaube nicht. 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 Also auf der einen Seite scheint das einfacher gewesen zu sein als gedacht. Hier, wow, das ist ein guter Käfig. Ja genau, schleichen müssen wir. Wir müssen schleichen. Auf der einen Seite hat es wesentlich besser geklappt mit dem Gefangenen genommen werden, als ich gedacht hätte. Auf der anderen Seite haben wir aber sämtliche unserer Items verloren. Was dann doch eher suboptimal ist. Warum muss ich hier, warum will das Spiel, dass ich hier schleiche? Hier gibt es doch überhaupt keine Gegner. Ah, da unten ist einer. Verstehst du mir? Dankeschön. Merci, merci beaucoup. Das ist ein französischer Archäologe, der natürlich, der, der muss nicht schleichen. So, dann, die kann ich doch auch eigentlich normal, die kann ich doch eigentlich auch normal ausschalten, oder? Eigentlich, das muss ich wahrscheinlich freibomben, schätze ich. Also ich weiß nicht, warum ich da schleichen muss bei denen. Kann ich das vielleicht freitreten? Ah, das funktioniert. Ich dachte, dass ich das vielleicht mit Dynamit freisprengen muss. Ich denke, immer ein bisschen zu kompliziert. Ist das ein Lichträtsel? Ist das angelehnt an Ocarina of Time? Ocarina of Time hat ein sehr cooles Spiegelrätsel. Ah, nein, das sind... Das sind Lampen und wahrscheinlich darf ich da nicht durch, solange die Lampen leuchten, oder? Weil ich sonst gefasst werde. Ah! Ah! Ich sehe. Ich sehe. Gut, dass wir das geklärt haben. Ist hier irgendeins meiner Items? Beziehungsweise habe ich... Was mir... Erstmal lieber wäre, ist... Eine Karte von dem Ausgrabungslager, aber da werde ich nichts haben, ne? Puh, das war der falsche Knopf, definitiv. Von euch... Da ist doch was drin, ne? Muss ich freisprengen, ne? Da ist definitiv was drin. Da brauche ich aber meinen, äh... Oder reichst du mir auch dafür? Kann ich... Die Dinger... Nein, nicht mit der Maske zerschlagen. Gut, dass wir das geklärt haben. Äh... Haben wir hier noch irgendwas? Also wie gesagt, da brauchen wir dann Sprengstoff. Ansonsten scheint der Raum soweit geklärt aus. Kann ich jetzt... Wenn ich jetzt wieder zurückgehe... Moment, wo kam ich denn eigentlich her? Ah, ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Da war der Gegner. Können wir in dem Wasser was machen? Da kommen wir definitiv nicht durch. Klitsch, platsch! Kann wir irgendwas... Umschmeißen mit der Maske? Vielleicht... Dass wir... Ah, vielleicht... Moment! Dass wir vielleicht... Dadurch... Ich... Ich sehe schon, Spiel. Ich sehe schon. Feinde... Ja, das ist mir schon bewusst, dass... die Schalter für... meine... Superschlinge da sind. So, dich haben wir aus dem Weg geräumt. Wie komme ich da rein? Weil da ist auch definitiv was drin. Hat es einen Hintereingang, das Zelt? Da müssen wir aufpassen. Da ist noch einer von... den Wachen. Ah, von oben mit der... Das ist aber auch... sehr... Da ist die Schlinge... schwach gelöst. Von wegen... Hier, schau, du brauchst die Spitzacke, um von oben ins Zelt reinzukommen. Und dann an die Schlinge zu kommen. So, das hört natürlich keiner, wenn ich hier das, äh... schnell aufmache. Warum auch? War ja da leise. Wo... sind die Wachen? Andere wichtige Frage. Okay, das funktioniert nicht. Wir dürfen also... Hm, okay. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Wir dürfen also... überhaupt nicht gefasst werden, weil wir könnten sie zwar ausknocken, aber... Spiel sagt nein, von daher... ja... Spielverlängerung-Sequenz und so. Gibt's hier eigentlich noch was? Macht das... Bringt das mir was, die hier noch auszunocken? Hier haben wir ja nix drin. Das ist vielleicht gut, um dem aufzulauern. Dem Wachmann... Ich knock die einfach alle mal aus, um die aus dem Weg zu haben, ne? Dass das... So. Sehr gut. Hier ist auch nix drin. Hier ist auch nix drin. Haben wir da oben noch was, wo wir weiterkommen? Rechts. Links. Ja, da kamen wir ja her. Auf der anderen Seite brauchen wir den Slingshot für... Wirklich! Aber die lernen auch nicht dazu, gell? Das sind schon, äh... Equality-Gefängnis-Zellen hier. Dieser Schreiaffe. Mensch, das hätte ich doch nicht ahnen können, dass der da plötzlich anfängt, wie so ein Geistesgestörter, hier loszuschreien. Da kann ich doch nix dafür! Schnell flitsch, platsch. Das Tor haben wir ja offen. Die Wache ist auch ausgeschaltet. Beziehungsweise beide Wachen sind ausgeschaltet. Zack! Ach du Kacke! Wie viele sind denn da? Das wird ja noch richtig Metal Gear hier. Dün, 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 dün. Man on a mission. Psst! Harry, nicht so laut! Wir müssen uns verschlä... Verstecken! Harry! Alter, wie viele von diesen Schreiaffen haben die denn hier versteckt? Schleichen, Harry! Schleichen! Dün, 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 dün. Oh Gott! Das ist gerade doch ein bisschen knapper als mir tatsächlich lieb wäre. Ah, das wäre auch zu riskant gewesen, dafür jetzt zu gehen. Ach, da ist schon wieder so ein Affe. Ah! Da ist schon wieder so ein Affe. Den können wir auch nicht ausknocken. Da vorne ist ein Schalter, mit dem wir das Tor öffnen können. Ist hier noch irgendein Item für uns versteckt? Ist jetzt natürlich die Frage, da drüben in einem Zelt zum Beispiel, das bewacht wird. Wie hat der uns denn jetzt entdeckt? Wie hat der uns denn jetzt entdeckt? Uncool. Aber was ich dem Spiel hier zugute halten muss, ist, dass die besiegten Gegner besiegt bleiben. Das macht das Ganze wesentlich angenehmer, weil wir jetzt hier einfach schön durchrushen können. Gut, da ist jetzt noch der Affe, an dem können wir ja nichts ändern. Der wird uns immer... Hallo, lässt du mich bitte da rüber? Okay, er will keinen Hochsprung machen. Kann ich an dem Affen einfach vorbeilaufen, wenn ich den Bogen groß genug mache? Ja. Sehr gut. Dann sind wir ja schon wieder hier. Die Frage ist, welche Wache hat uns denn gesehen? Harry? Jetzt keinen falschen Schritt. Auf das Ding und durch mit uns. Das ist nur ein Shortcut. Das ist gut. Das mag ich. Das ist eine sehr gute Sache. Dass wir nicht immer den kompletten Weg außen rum gehen müssen. War jetzt ein bisschen fies, dass wir den jetzt erst gekriegt haben. Wenn wir den gerade eben sehr gut hätten gebrauchen können. Hä, ich hab den ausgenockt. Ich hab... Ich hab den ausgen... Der bleibt aber auch ausgenockt. Welcher hat uns denn dann gesehen? Oder war das der? Hat der ausgenockte uns doch irgendwie in seinem ausgenockten Zustand... ...geschafft? Gebt mir mein Floß zurück. Dankeschön. Während er ausgenockt wurde im Fallen... ...hat er es geschafft... ...uns in unsere Gefängniszelle zu katapultieren. ...bist weg. Da kommt noch einer. Den krieg ich auch. Nein! Nein, der war zu kurz. Aber jetzt hier kann ich ja ein bisschen... ...um die, äh... ...groben... ...um die jetzt grob da mal ein bisschen... ...einen nach dem anderen auszuschalten... ...kann ich hier ja mal ein bisschen... ...der wird uns vorher gesehen haben. Dass der uns da hinten jetzt nicht sieht... ...wenn wir hier so... ...voll durchrennen. Da brauchen wir Dynamit. Naja, manchmal ist die... ...KI etwas fragwürdig. Nein! Ah, Mann! Obligatorische Stealth-Sektion ist nervig. Kann ich nicht einfach meine Schleuder zurückhaben? Ich will das jetzt kurz da durchrushen. Das ist gerade... ...das ist ein sehr anstrengender... ...also der... ...der Außenbereich hier, in dem wir gerade sind... ...der ist doch recht anstrengend. Ich will da einfach... Ich hab das Bedürfnis, da durchzurushen. Aber ich weiß, ich sollte nicht... ...weil ich das hier... ...komm, macht euch einfach vom Acker. Dann schnapp ich mir... ...nein. Nein! Harry! Hallo! Nimm doch die... ...Pickel! Was ist jetzt? Sind die jetzt gerespawned, oder was? Oder was war jetzt... Warum ist der jetzt... ...da... Was hat der jetzt genau gemacht? Wir werden das wohl nie erfahren. Oder wir werden das gleich erfahren. Man weiß es nicht. Ich hatte die Pickel schon in der Hand. Harry? Ich hatte die Pickel schon in der Hand... ...aber Harry hat voll daneben gegriffen. Oh Gott, da ist einer. So. Sneaky, sneaky. Sneaky? Ach, Mann! Freunde! Ich würd sagen... Ähm... ...ich hol die Pickel ganz schnell offscreen. Wir hatten die ja quasi schon in der Hand. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder... ...mit... ...den Pickeln. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würd mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu überpassen. Abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao! Bis dahin und ciao!